Entschuldige, aber ich werde unbedingt wissen, was dieses... Da bin ich immer ein bisschen eklig, ich weiß, aber... Ich will unbedingt wissen, was die verschiedenen Waffen machen. Beziehungsweise Munitionsarten. Okay. Nicht schlecht. Da sind wir, Ishii. Essenszeit. Ich brauche einen Moment. Verdammt, mir fehlt ein Zugangsbord. Oh! Ishii, sprich mit mir! Du hast mir eine scheiß Angst angejagt! Ich fühle mich schon viel besser. Freut mich, das zu hören! Ich habe die Anlage überladen! Ich prognostiziere eine Explosion innerhalb der Schwerkraft Kerngeneratoren! Dann prognostiziere ich an bevorstehendes Lass uns von hier verschwenden! Und Kinder, was lernen wir daraus? Niemals die Finger in die Steckdose stecken! Was? Oh! 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 Effiß das. Hoi! Eeeh! Feh! Hoi! Warte! Hochspannung! Geil! Och, Menno! Ich muss sparsamer mit dieser Munition rumgehen. Hier kann man gut einschätzen, wie viele Tode man sterben kann. Und vor allem durch was und wie. Vollgas. Aha. Ich nehme DAS. Kann man wenigstens sein. Oh, habe ich jetzt auf C gedrückt? Schon geil. Wo kommt denn der riesige Mixer jetzt? Der Hulk. Fuck. Ach du Scheiße. Die Idee aus, als er mit hunderten von Grillhälchen vollgepoppt. Wie kann er mich denn treffen? Komm her. Ach du Scheiße, ey. Boah, jetzt mal ganz ehrlich. Hallo? Okay, jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Sonst wird das nix. Hab ich noch ne Ladung? Ach, Scheiße. Aua. Tschüssi. Das ist auch ne Gigante. Fuck. Gibt da gar nix? Fuck. Der kommt immer näher. Ah. Ambus. Haha. Schön wie man einfach so ne riesen Leiche schubsen kann. Tudududududud. Ach, dem geht's gut, dem geht's gut, dem passiert nix. Na komm. Tschüssi. Hey, Schönheit, komm her. Oh, du hast ja ganz schön Gewicht. Leiche. Schöne Leiche. Oh shit. Oh shit. Also mit der Waffe kann ich mich dran gewöhnen. Also die ist nicht schlecht. Ichi, da bemannt einer das Schleifer. Wenn er das schafft. Bitte nicht das, was ich denke. Bitte nicht das, was ich denke. Für dieses Ding hier nicht schneller. Dann versuch du es doch. Gut. Sprich du doch mit dem Zug. Scheiß Deutsche Bahn. Haha. Nein, nein. Alter. Haha. Okay, das wird cool. Das wird cool. Das wird cool. Alter. Nee, ne. Die Verabredung ist angekommen. Bist du bereit für den Kampf? Ich wähle sie alle töten. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Für Mutti. Ah, da kommt was zu. Hoffen zu zu. Ja. Scheiße. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, was die ein Problem mit uns haben. Die Wagen, welche Wagen? Oh. Ah, das war so ein Großer? Mein lieber Scholli, ey. Du darfst mit zwei Typen, ja? Fuck. Ich glaube, wir sind gleich tot. Scheiße. Kann man sich hier nicht irgendwo in Deckung begeben? Weil geht der Zug auch kaputt. Ah, jetzt. Ach du Scheiße. Was jetzt? Was jetzt? Woah, 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 woah. Fuck, fuck. Scheiße. Scheiße. Wie viele hätten das aus? Ich weiß. Woah. Fuck. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.